Neues Spiel, neues Glück. Ich bin unterwegs in Putschinki. Meine Buddies sind alle irgendwie nicht online hier gerade. Was ist da los? 120 FPS, das ist verhältnismäßig wenig. Okay. Drüben kommt ein Gegner runter. Also ein Player. Rucksack. Wo ist eine Waffe? Das ist interessant. Keine Waffe hier oben? Wirklich? Okay, jetzt haben wir eine. Hm. Da war ja ewig, bis das Ding nachgeladen ist. Gut, jetzt haben wir es. Also irgendjemand hat gesagt, ähm, Tipps, wie man schneller reagiert. Und der beste Tipp dazu, den ich geben kann, ist wirklich, spielt Arcade. Kauft euch gescheite Kopfhörer. Unten. Ja, das ist ja alles nix, ne? Keine Scopes. Tommy Gun besser als Vector. Vector schießt schneller, aber hilft nix. Come on. Ich hätte gern echt, ich hätte echt gern einen Scope. Ist der Bruder noch da draußen immer? Bison, nice. Das ganze Gruß brauchen wir alles nicht. Können wir da noch ein bisschen Remi-Demmi machen? Was ist denn der Dude? Ich muss ein bisschen lauter machen. Ach, guck, da drüben steht er. Oh mein Gott. Die rüttelt ja ganz schön. Ja, wird besser. Keine Munition, das ist noch ein bisschen blöd. Oh, die Achter-Scope, das ist gut. Die Mini hätte ich schon gerne. Als Nachkampfhaffer? Können wir eigentlich als Nachkampfhaffer nehmen, oder? Ja, wobei, jetzt haben wir ein bisschen Munition gefunden, dann nehmen wir sie nicht als Nachkampfhaffer. Ah, ein bisschen unübersichtlich. Überall wird geballert, aber ich sehe keine Gegner. Und diese komischen Zettel, die sind echt nervig. Drin ist einer. Machen wir da drinnen? Nee, ne? Okay, passt. Der ist die Tür raus, witzig. Nee, da haben wir immer's holen. Nee, da haben wir immer's holen. Passt bisher. Dann schauen wir mal hier. Echt wenig Munition noch bisher. Ich will mich hier vergrümmeln. Ich will lieber offenes Gebiet. Das ist auch leise, lass mich lauter machen. Besser. Hat jetzt langsam schon ein bisschen aufgehört, zu ballern da drüben. Irgendwo vor mir muss noch einer sein. Schnell, 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 schnell. Oh. Ich muss mir irgendwo rein. Bin mir einigermaßen sichern, dass noch irgendjemand rumläuft. Okay, wir sind in der Zone. Ich muss, aber es gibt's ja nicht. Wo ist PUBG-Launcher? Wo ist PUBG-Launcher? Okay, jetzt. Okay, jetzt. Vorne geht's ab. Ich sehe einen. Da drüben. Geh aber nicht drauf. Macht keinen Sinn. Würde. Würde. Einfach. Zu riskant. Ist einfach zu riskant für mich. Jetzt können wir uns in Ruhe mit dem Typen beschäftigen. Ich sehe keine. Okay, weiter geht's. Voll verräterisch mit weggesteckter Waffe rumzulaufen. Jetzt wird's gleich interessant hier. Jetzt kriegen wir's gleich. Okay, passt. Wir sind hinter der Klippe. Das ist gut. Oh mein Gott. Wir haben noch ein Stück zu laufen. Auto. Wäre cool. Wie weit ist das? Oh mein Gott. Das sind 500 Meter. Das sind 500 Meter darüber. Wir müssten jetzt gezerot haben auf 500 Meter. Das ist wahrscheinlich sogar noch weiter als 500 Meter. Das sind round about 300. Wir haben euch hier von mir eine auf die Mütze. Ich sag mal 100 Meter, oder? Hatten wir getan bestimmt. Dann müssen wir uns auf die Sorge machen. Hilft nix. Hm, hm, hm. Oh, ist ein Stück, gell? Gott, wie ich mich gerade angesteckt, äh, gestellt habe mit der Sniper. Das überlebe ich nicht. Von der Hand. Okay, los geht's. Das hat bestimmt noch was Feines für mich. Vertical Fogrip, Munition, nimm mal mit. Passt. Kompi. Ja, brauchen wir nicht. Vor Lohenwald. Links war einer Ist mir aber wurscht Ich fahre einfach in die Zone rein Kann jetzt hier nicht groß Rücksicht nehmen Sehr Nö Hä, wie ging So, warte mal Ähm Level 13 Hat die Granate gekocht Okay, ja Schien sich nicht so gut auszukennen mit Granaten Der hat die Granate auf sich selbst gelegt Warum? Okay, das ist das erste Mal, dass sowas passiert ist Warum Warum hat er sich Warum hat er sich umgebracht? Weil er wusste, dass ich ihn erwischen werde Und er mich mitnehmen wollte? Der Bot war Der Bot hat mit 200 IQ gespielt Gerade eben, unglaublich Äh, ja, danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Achso, falls euch sowas gefällt Like und Subscribe Ähm, ich lade öfter mal Video runter Und ihr könnt gerne auch bei mir im Discord vorbeischauen Dann können wir mal gemeinsam eine Runde spielen Äh, Link in der Videobeschreibung